Heute möchte ich dir mein neues Buch vorstellen. Bringe dein Leben auf die Erfolgsspur, Untertitel, warum jeder einen Coach bracht. Ich selber habe mich früher in meinem Leben als Opfer gefühlt. Ich habe ganz, ganz viele Dinge erlebt und habe, wenn ich über mich gesprochen habe, eigentlich davon gesprochen, dass ich eine sehr anspruchsvolle Inkarnation habe und ich habe ganz, ganz viele Dramen gefühlt in meinem Leben erlebt, habe mir aber nicht bewusst gemacht, was es bedeutet. Als ich dann älter wurde, habe ich immer mehr verstanden, dass ich selbst dafür verantwortlich bin, wie mein Leben verläuft und ich habe verstanden, was es bedeutet, Gestalter zu sein. Und genau darum geht es in meinem Buch. Ich habe ganz, ganz viele Momente meines Lebens aufgezeigt, wo ich Opfer war, habe aber direkt den Bezug hergestellt, was ich in der Situation gelernt habe und vor allen Dingen, was du als Leser davon hast, wenn du in einer ähnlichen Situation bist. Und ich habe einige Rezensionen schon bekommen von Menschen, die das Buch schon gelesen haben. Die haben gesagt, hey, Steffi, ich erkenne mich zu 100 Prozent wieder und das ist ein echter Ratgeber. Es geht darum, dass ich als Anpassi-Ossi mich sehr, sehr wertlos gefühlt habe in der DDR, wo ich aufgewachsen bin und letztendlich zu einer Vollblutunternehmerin herangereift bin, die also wirklich in der Öffentlichkeit steht und die auch richtig viel Erfolg hat. Und ich habe zehntausende Menschen bisher im Coaching und im Training vor mir gehabt oder mit mir gehabt, habe mit denen arbeiten dürfen und erkläre den Menschen halt, dass sie selbst verantwortlich sind für ihr Leben. Und genau darum geht es hier drinnen, dass du wieder die Macht in deinem Leben übernimmst, dass du nicht das Opfer bist deiner Geschichte, sondern dass deine Geschichte genau deine Stärke ist. Und dann geht es hier drinnen, dass du nicht in deinem Leben übernimmst,